Jo, Tatsache. Hallo. So, ich bin wieder an einem Hafen. Dann weiß ich ja schon mal, wie ich mich verständigen kann. Da ist eine Fabrik. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Das gibt's so nicht. Huch, da liegt ein Toter. Eine Toter, da liegen mehrere Leute. Oh. Ich würde da weggehen. Oh. Nö, nö, hier gefällt's mir. Oh, guck mal, ich hab Schuhe gefunden. Banderstiefel, oder? Working Boots, okay, ist genau so gut. Ist da. Ah, hier liegt einer gut rum. War wohl nicht ganz so gesund hier. Was ist das? So was Gutes. Oh, ne Batterie. Hab ich ja keinen Platz mehr. Doch, ich kann das Papier rausschmeißen. Steht da was drauf? I want to eat them. Du sollst das mitnehmen, du Horst. Batterie kann man immer gebrauchen, ne? Ja, sicher immer. So. Kannst du das jetzt mal bitte mitnehmen? Nimmst du das jetzt mal bitte mit? Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Oh, ist das... Hier liegt ne... Kanone. Ne Kanone. Ich konnte ja eben die Munition auch nicht mitnehmen. Hab ich da noch liegen lassen. Hier liegt jede Menge Zeug rum, das ich nicht mitnehmen kann. Ah, vielleicht, weil der Kerl sie eigentlich noch im Inventar hat. Das Magazin hat er im Inventar einmal hin. Dass die Türen sich immer gegen meine Richtung öffnen müssen, ne? Das ist unfassbar. Also hier stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt... Meine Hosen sind kaputt, glaub ich. Ne, das kann doch nicht daran liegen. Ich nehm hier die Stücke. Ey, ne Kanone? Ich kann sie nicht mitnehmen. Nehm nicht. Oh, Trumpet? Eine Trompete? Punkt 22. War das hier Punkt 22? Nein! Du hattest vorhin Punkt 22 Munition. Ja, die konnte ich auch nie aufheben. Jetzt hab ich Munition dafür. Oh, ne Rohr? Ich krieg ne Rohr. Ach, fuck ey, ich lass sie da liegen. Ich hab eh keinen Platz mehr. Wieder ein Grävingen-Drink. Woher trinken können wir ja? Essen können wir auch. Ist nur die Frage, wie ich die Dosen aufkriege. Also ich sag mal so, ich würde das Ding in Wirklichkeit auch mit einer Heugabel aufkriegen. Also so ist das nett. Das kriegst du auch mit einem Bordstein auf. Ja, stimmt. Ist ne Sauerei, okay. Hab zugegeben, aber... Ich würde das auch vom Boden essen, so ist das nett. Wenn's sein muss. Also in dem Fall. Na, hier ist mal wieder ein Pub. Sei also gut gesprichert. Junge. Jetzt springst du klar. Jetzt, wo's zu spät ist. Du bist ein Vollhorst vor dem Herrn. Ich bin mal wieder irgendwo gestrandet. Oh, der Augenblick ist auf dem Regal. Munition. Ich hab... ...wohl nicht die passende Waffe dafür. Weil die da vorne im Gras liegt und ich kann sie nicht aufnehmen. Mann. Was liegt hier? Pack of Green Pepper Seeds. Schön. Davon werde ich aber nicht satt. Ah, jetzt bin ich hydrated. Das hatte ich eben nämlich nicht gemacht, weil ich dachte, wenn das weg ist und ich dann zu viel trinke, dass dann direkt mit Stuffed kommt. Ja. Aber Hydrated kommt ja erst noch. Man könnte Mülltonnen. Ich find schon wieder kein Straßenschild, aber sowas ist unfassbar. Oh, das hier ist ne Feuerwehrstation. Da könnte ja was drin sein. Da liegt auch ein Helm. Und ne Axt. Ja, das ist doch schon mal was. Ich würd mal gern wissen, wie die Shotgun so schießt. Sonst find ich immer scheiß Shotgun Munition, ne? Und jetzt? Nix ist. Oh je, das Haus ist noch zu. Oh, noch mehr Helme. Oh, nicht rennen. Und Hüte. Ich wollt's schon wieder mit E aufmachen. Ne Sonnenbrille. Geil. Gehen wir mit. Und in der Feuerwehrstationen liegen viele Helme rum. Logisch. Ich mach mal wieder mal eine Karte auf. Äh, wo war's denn da? So, was hat er denn hier? Ah, ne Dose. Zwei Dosen. Schmeiß ich ihn jetzt weg. Das hier schmeiß ich weg. Die Rundstellen schmeiß ich auch weg. Okay. Also für Essen ist schon mal ausgesorgt. Du kriegst es nur nicht auf, ne? Joa, aber... Hast du gewusst, dass der Dosenöffner nach der Konservendose erfunden wird? Echt jetzt? Mhm. Wenn die es denn vorher aufgekriegt? Mit nem Messer. Na gut, okay. Ich stell mir das trotzdem witzig vor. Ja. Du tut irgend so'n Typ was, äh, finden und dann kann man das Ding noch nicht mal vernünftig aufmachen. Ich nenne es die Konservendose. Es hält die Nahrung frisch für Monate. Jahre. Ähm, Chef, ich hab da so ne Frage. Wie krieg ich denn das Ding auf? Ich glaub da vorne ist ein Ortsschild. Ne. Sag bloß. Ein Kugelschrei wäre. Ach, guck mal. Was zu trinken. Dem Haus war ich gerade. Ach, das ist aber schön hier. Magazin, das ist aber ein seltsames Magazin. War gut, soll ich recht sein. Oh, das sieht aber ein schönes Haus. Passt das vielleicht mit einem Buch? Der Art of War. Mich immer anstöhnt, ey. Okay. Okay. Was, was liegt da? Oh, ein Holz da. Kann ich da meine Pups rein tun? Meine Pups hier? Nee, ich kann... Nicht dein Ernst. Ich find noch nicht mal mehr in der Straße. Wo bin ich denn jetzt hier? So, entweder schutzsicher... Was ist das überhaupt? Es ist eine schutzsichere Weste. Anti-Stab-West. Ist das eine schutzsichere Weste vor Schüssen? Anti-Stab mit B, ne? Ja. Stab-B. Das ist eine stichsichere Waffe. Äh, weißt du? Ja gut, dann schmeiß ich den nämlich weg. Ein Holz da ist dann schon geil, ne? Ja. Da hab ich... Toll, ich hab einen Ortsausgang gefunden, aber kein Schild. Dann hab ich nämlich noch einen Platz dafür. Was ist das? Was ist das? Null, null Bugs. Das hört sich sehr nach Shotgun an. Hm. Ja. Bitte lass den da reinpassen. Ja. Ich kann rumballern. Ich hab's gehört. Oh, geil. Klick, 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 klick. Oh, geil. Ich kann rumschließen. Du musst nur noch jemanden finden. Ja, den nächsten entspannen. Ich träg mal einen Haufen. Oh, jetzt wollte ich schon sagen, ein Schwein, aber es war nur ein Stumpf. Achso, was ich auch noch gelesen hab, das, ähm, fand ich ganz lustig, dass Animals, stand da irgendwie, dass die, ähm, irgendwie in Circles run, teilweise, als Problem, und dass die einfach random sterben, teilweise. Aber gut, ich würd mich nicht drüber beschweren, wenn da ein totes Tier rumliegt. Jo, aber ich fand's lustig. Ein Schweinchen hatten wir ja schon mal gefunden, was ist das denn? Ja, das war aber so schnell. Ja, das war extrem schnell. Und die Autos sind sehr lustig rumgefahren. Sehr abgehackt. Ich seh's ja kommen. Da vorne läuft einer, da vorne läuft einer. Baff, ey, ich wurde grad erschossen. Ja, das wird sowieso kommen. Oh, cool, ne Trinkflasche. Oh, die ist cool. Die will ich auch haben. Ich hätt' mal gern nen Rucksack oder sowas. Ja, hätt' ich auch gern mal wieder. Ach komm, wer braucht schon dieses Knicklicht. Weißt du, wo du bist? Nee, ne? Nee, ich hab noch kein Schild gefunden. Das identifizieren könnte, wo ich mich gerade rumtreib. Aber ich... Hab ich jetzt schon öfter gesagt, ne? Aber ich glaub, hier waren wir auch schon mal. War ich hier schon drin? Nee, hier war ich schon nicht drin. Große Gebäude, ein Shop. Ja, ich glaub, hier wurdest du mal... Oder wurd' ich da mal erschossen? Oder wir beide? Zumindest... Ja, doch, doch, das war hier. Du hattest, glaub' ich, ein gebrochenes Bein. Du wurdest auf der Straße dann... Ach, da bist du? Ja. Oh, was ist das? Was ist das? Hi. Teleskop-Batton. Friendly. Me neither. Jetzt muss ich mich auch noch auf Englisch hier unterhalten. Ja, unfassbar, ey. Ja, ich hab einen getroffen. Der sah besser ausgerüstet aus als ich. Was liegt denn hier alles noch? Ist der weggelaufen schon wieder? Kaputtes Walkie-Talkie, ein ganzes Walkie-Talkie. Noch ein Walkie-Talkie. Ja, ist grad weggelaufen, ja. Okay. Was hat der denn gesagt? Äh, I have nothing, man. Ich hab nix. Deswegen hab' ich gesagt, ich auch nicht. Okay. Äh, wo war denn das jetzt? Gibt's da vor ein Ortsschild? Nee, nicht wirklich. Hier wirklich, ja. Hier geht die Party ab, hier auf dem Server. Hier läuft der Punk. Was ist das denn hier für ne Ortsschaft ohne Ortsschilde, ey? Was ist das, ähm? Ich hab' jemanden erschossen. Yay. Weißt du was, das ist dein erster Kill? Ja. Ja, hier wollen wir auf jeden Fall schon mal. Das ist nämlich die Ortsschaft, wo du, wo es zwei Läden gibt. Alter, geht mir grad die Pumpe, ey. Aber ich hab' nen Rucksack. Mal ganz cool bleiben, ey. Du hast ihn auch durch... Ja, das würde ich gern mitnehmen. Nee, ich würde's eigentlich gern öffnen, aber... Oh Gott. Vor allem hab' ich dreimal mit der Shotgun auf dem geschossen, ne? Ich wurde grad erschossen. Och nee. Ja doch, ich hab' im Laden gestanden und hab' mir grad eine Can of Tactical Bacon angeguckt. Guck mal hier, da liegt doch ne Knifte, ne? Take. So, dankeschön. Neustart. Boah. Boah, ist ja geil. Ich bin schon zweimal erschossen worden hier. Zweimal erschossen, einmal verprügelt. Das ist ne tolle Bilanz. Ich hoffe, du spawnst jetzt bei mir in der Ecke, weil dann hab' ich ne Knifte für dich. Und so. Ich hab' grad eben ne Axt und nen Helm und... Ich wollt' eigentlich nur diese... ...dose aufmachen. Ich wollt' ja eigentlich nur was essen. Oh, ich bin so froh. Ah, der hatte ne Knifte, die war aber, glaub' ich, nicht getan. Nur Moisin hatte der. Mo... Und ja, das war mein erster Kill. Boah, ich hatte doch ne... ...ich hatte ne Trinkflasche. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn, was ist das denn hier für'n Laden? Bitte bei mir in der Nähe. Ich hab' keine Lust mehr allein hier rumzulaufen. Also willst du doch nur noch mal jemanden erschießen. Aber nicht dich. Das wär' jetzt lustig gewesen, wenn ich dich erschossen hätte. Ah, du standst ja nicht in nem Gebäude drin. Nee.